Wobei ich jetzt nicht hier bin, um mich mit der Polizei zu unterhalten, ehrlich gesagt. Also nur mal so nebenbei, ne? Fällt mir gerade ein. Habt ihr nicht Schiss, dass der Wave 10.000 das hier gleich alles auspustet? Die werden sich ja nicht an meiner Laterne vergreifen, oder? Naja, ich mein, es ist immerhin der Wave 10.000. Das ist das Neueste, was sie da haben. Wir haben ja noch zwei Anrufe frei. Zwei Angriffe frei? Zwei Aufrufe. Ach so, was war Aufrufe? Nein, da war doch schon. Ach so, ach stimmt ja. Okay, wir warten erst mal ab.